Wir haben folgendes Problem, wir wollen mal diese Missschaltung hier nochmal angucken und zwar mal in Natur, weil man sieht anhand der Lampen viel. Ich habe folgendes genauso gebaut wie da. Ich habe hier eine Lampe, die habe ich hier an die Spannungsquelle angeschlossen und dazu parallel eine Mini-Reihenschaltung. Und jetzt sieht man anhand dieser Lampen, welche Spannungen anliegen. Hier liegt die volle Versorgungsspannung an, deswegen leuchtet die Lampe auch so schön, das sind 6 Volt. Und hier parallel dazu liegt eine weitere Lampe und noch eine Lampe in Reihe und die beiden scheinen sich ja, wie das in Reihe ist, auch wirklich die Spannung aufteilen zu müssen, deswegen sind sie auch so dunkel. Kannst du mal bitte so draufhalten, dass wir hier was sehen. Jetzt habe ich hier ein Spannungsmesser und möchte mal sehen, ob das stimmt, ob das wahr ist. Ich messe folgendes, hier messe ich, da, 6 Volt, einverstanden. Dann wird das wohl so sein, dass jetzt hier bloß noch über der Lampe 3 Volt übrig sind, tatsächlich, und über der Lampe sind auch bloß noch 3 Volt. Gut, alles klar, man sieht es auch am Leuchten. Besten Dank, Frau Kameraassistentin. Also, das ist nichts weiter als diese Schaltung da. Und das blaue Voltmeter, was ich da angeschlossen habe, das war eben dieses Spannungsmessgerät hier. Mit diesem Spannungsmessgerät habe ich hier angetippt und habe gesagt, wie viel liegt hier an, wie viel liegt hier an, wie viel liegt hier an. Man sieht es am Leuchten und man sieht es an der Anzeige. Vielen Dank.